Hallo liebe Freunde der YouTube Kunst, mein Name ist Dennis, ihr schaut der Pfleka Fotografie und ich befinde mich hier in einem Naturschutzgebiet und ich habe die Küchenschelle entdeckt. Und die Küchenschelle finde ich eine persönlich wunderschöne Blume, violett mit gelben Stempeln und einem richtig flauschig weichen Stiel, so richtig feinen Haaren dran und deswegen möchte ich diese Küchenschelle heute fotografieren. Aber wie mache ich das? Mit meinem Tele. Und warum mit meinem Tele und nicht mit meinem Makro oder mit einem Weitwinkelobjektiv, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Wie schon gesagt, heute wollen wir die Küchenschelle fotografieren. Die Küchenschelle ist, wie ich es auch schon erwähnt habe, eine wirklich tolle, tolle Blume. Ich finde sie wunderschön, aber lasst es euch gesagt sein, die Küchenschelle ist unter Naturschutz. Man darf sie weder ausreißen oder ausgraben und irgendwo mit hinnehmen. Deswegen haltet euch doch da vielleicht auch bitte einfach dran. Ich darf nicht sagen, wo ich mich befinde, denn wie gesagt, es ist ein Naturschutzgebiet und weil sie eben unter Naturschutz steht, möchte man natürlich verhindern, dass die Küchenschelle hier totgedappt und überlaufen wird. Aber wenn ihr irgendwo bei euch in der Nähe ein Naturschutzgebiet habt, so viel kann ich euch verraten. Die Küchenschelle liebt es, an nassen, sonnenbeschienenen Orten zu wachsen und dort findet man sie ganz häufig und dort kann man sie auch sehr gut fotografieren. Also lasst uns nicht lang quatschen. Wir gehen in die Vollen und fotografieren die Küchenschelle mit dem Tele und ich habe auch schon mit dem 100er Makro und mit Weitwinkelobjektiv Fotos gemacht, die ich gerne nachher zum Vergleich reinstelle. und dann können wir vergleichen, was dann schlussendlich nachher schöner ausgesehen hat. Teleobjektiv, 100er Makro oder das Weitwinkelobjektiv. Also auf geht's, wir gehen zur Küchenschelle. Also, ihr seht jetzt hier, ich habe das 70-200 drauf, das kleine Rollei-Stativ, das ich euch schon mal beim letzten Video, Link mache ich oben hin, für eine Wassertropfen-Fotografie, das ich benutzt habe und ich benutze jetzt eben dieses Rollei-Stativ und meine R6. Bin momentan mit dem Grobfaktor drin, bin auf 200 Millimeter und habe jetzt hier vorne eine Küchenschelle, die ich jetzt eben freistellen will mit dem 70-200. Ich habe da nochmal ein bisschen das Licht. Also ihr merkt schon, ich bin sehr lichtaffin. Ich habe immer eigentlich irgendwo ein Licht dabei, um noch ein bisschen Licht einfach in das Geschehen reinzubringen. Das Ganze gibt jetzt dem Bild auch noch ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung und ihr könnt da echt richtig schön rumspielen mit den Lichtern. Einmal Streiflicht, einmal von unten nach oben, einmal von der Seite, egal wie. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr cool. Macht richtig Spaß, immer wieder mit dem Licht zu spielen und bringt auch einfach mehr Lebendigkeit in das Licht. Aber genau, ich habe jetzt hier meinen 70-200, habe jetzt auf die Küchenschelle fokussiert mit einer Blende von 8, ISO 400 und 1 zweihundertstel. Wobei wir können jetzt die ISO auch runterschrauben, weil wir ja auf dem Stativ sind. Gehen wir auf die ISO 100. Wobei ich immer wieder sage, es gibt Leute, die behaupten, auch heute noch die ISO 100 sei das Nonplusultra. Aber dazu kann ich gerne auch mal ein Video machen, was denn tatsächlich die ISO heutzutage noch ausmacht. Allein schon bei KI-gestützten Entrauschungsprogrammen und so weiter und so fort. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ihr müsst nicht ständig auf der ISO 100 rumdümpeln, sondern könnt tatsächlich auch viel, viel weiter hoch. Aber wir können jetzt hier tatsächlich weiter runter. Ich bin jetzt also in dem Fall auf ISO 100, Blende 8. Blende 8 reicht bei der Entfernung komplett aus, um ein scharfes und weiches Bokeh hinzukriegen. Ein Dreißigstel Sekunde und dann können wir schon auslösen. Und dann sieht die Küchenschelle so aus. So, weiter geht's. Wir sind jetzt hier an einer anderen Küchenschelle, die befindet sich da vorne, da wo das Licht ist. Und ich habe jetzt bewusst meine Kamera auf den Boden gelegt, um einfach einen noch weicheren Vordergrund zu kriegen. Und nehme jetzt nur die Küchenschelle in den Fokus. Blende ist wieder 8, wieder ISO 100, wieder ein Dreißigstel. Und dann sieht die Küchenschelle nach der richtig schön aus. Ich finde das richtig geil, wenn man so tief fotografiert, dann bekommt man da einfach nochmal ein richtig geiles Bokeh hin. Ich versuche mal was. Genau, so sieht das Bild dann aus. Kommt doch einfach mega cool. Umso tiefer, umso weicher der Vordergrund. Und auch wenn ich dann noch einen ansteigenden Hang habe, so wie hier, dann habe ich hinten dran richtig schöne Unschärfen, ein richtig schönes Bokeh und habe die Küchenschelle wirklich komplett freigestellt. Und so stelle ich mir persönlich auch die Bilder vor. So möchte ich sie gerne haben. Ich habe jetzt da vorne noch ein Nest gefunden. Das möchte ich jetzt auch noch fotografieren. Ich nehme euch da hin mit. Ich baue nur schnell um. So, hier vorne, ihr seht hier unten das Licht, da ist jetzt wieder das nächste Nest. Und das Nest will ich jetzt fotografieren. Und zwar habe ich da auch wieder mein 70-200. Ganz normal, wie die ganze Zeit jetzt schon. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir das reinkriegen. Damit man einfach auch mal vorne die Blüten ein bisschen sieht, dann haben wir da einfach einen richtig schönen Bildaufbau und können auch hier schön mit den Schärfen und Unschärfen spielen. Und dann können wir da auch noch mal schauen, wie wir das sehen. Wenn ihr die Kamera auflegt, dann macht es auch gar nichts, wenn ihr mit einem 1,30 fotografiert. Und bei Canon R6, R5, R3, R7 und so weiter mit IBIS macht es sowieso nichts mehr. Das ist eine 8-fache Bildstabilisierung, wenn das Objektiv dann auch noch stabilisiert ist. Also ihr habt da wirklich extrem viele Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Und ein Dreißigstel hebt ihr ganz gemütlich. Wenn ihr eine ruhige Hand habt, könnt damit ganz locker fotografieren und Bilder machen. Also wenn man jetzt hier zu tief wird, dann sieht es hier, weil man hier hinten dann wieder Bäume im Hintergrund hat, dann sieht es nicht ganz so schön aus. Also da dann wirklich gucken, dass er lieber ein bisschen höher kommt. Also vielleicht auch mal aufs Knie legen und dann da fotografieren. Dann habt ihr da wieder mehr Möglichkeiten. Wobei wir jetzt tatsächlich auch schon mit der ISO hoch müssen. Wir gehen mal mit der ISO auf 250. 250. Und dann können wir hier schön rein fotografieren. Dann haben wir zwar den Vordergrund natürlich, wenn ich mich erhöhe, habe ich den Vordergrund natürlich etwas schärfer und habe es nicht ganz so freigestellt. Aber ja, ich denke, was ich euch zeigen wollte und was ich machen wollte, dürfte klar geworden sein mit diesem Video. Ich zeige euch jetzt im Anschluss noch die schönsten Bilder des heutigen Abends und darf mich jetzt auch dann verabschieden von euch. Das war es schon wieder mit dem Video von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Ja, abonniert fleißig den Kanal, drückt die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Schaut gerne auch mal auf Instagram oder auf meiner Homepage vorbei. Ich habe da immer mal wieder auch den ein oder anderen Workshop im Angebot. Vielleicht ist da der ein oder andere für euch dabei. Vielleicht möchtet ihr auch mal mit mir am Bodensee fotografieren. Jetzt kommen die Schnaken. Vielleicht möchtet ihr auch mal mit mir am Bodensee fotografieren gehen. Dann meldet euch doch einfach mal. Schreibt eine E-Mail, wenn ihr am Bodensee seid. Ich würde mich freuen, euch auch mal persönlich kennenzulernen, den ein oder anderen. Ich bin ein ganz normaler Typ zum Anfassen und zum Spaß haben. Also mit mir kann man auch mal so fotografieren gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Zeit. Wann immer ihr das Video guckt, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, egal wann. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und genau, ihr genießt jetzt noch die schönsten Bilder des heutigen Tages. Ich stelle auch mal noch zum Vergleich rein. Nochmal Bilder mit dem Weitwinkelobjektiv und nochmal Bilder mit dem 100 Millimeter Makro von Canon. Und bei dem 100 Millimeter Makro habe ich auch hier mal mit dem SA Control gespielt. Einmal im Minusbereich, einmal im Plusbereich. Und dann könnt ihr da schauen, was euch besser gefällt und ob man den Unterschied zwischen SA Control tatsächlich sieht. Denn ich befürchte, den sieht man hier in der annähernden Makrofotografie nicht wirklich, sondern erst in der Portraitfotografie. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dennis, bis bald. Bis bald, bis bald. Bis bald, bis bald. Bis bald, bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020